hallo liebe leute und herzlich willkommen zu stealing the diamond ein stickman spiel wo wir ein geiler ganove sind und den diamant aus dem bestbewachtesten museum der welt klauen und auf diesem weg werden uns allerhand komische sachen passieren und diesen diamant wollen wir natürlich klauen da den wollen wir haben wir gesehen der bringt bestimmt geld den wollen wir haben vor allem weil wir nur in komischen kabuff leben da ist das museum mit dem objekt unserer begierde okay wir können entweder rein sneaken oder wir können einfach reinlaufen und alles zerstören da wir gerade hier terroristen sind wir passen einfach in unserem motorrad das wird was das wird richtig gut oh nein wir fahren mit unseren trittrollereien geschlossen achtung aus dem weg oh hätte ich irgendwas machen müssen scheiße ja gut machen wir das nochmal wir kicken okay das hat bestimmt nicht viel gebracht einen haben wir mitgenommen immerhin was gibt es sonst noch um oder jump jetzt hat jetzt auch nicht so gut funktioniert dann haben wir die jetzt noch mal weg geile sache okay sind wir schon mal drin nicht schlecht nicht schlecht wir sind ja auch richtig schnell ja wir nehmen die lanze oh nein alter okay wir haben sich doch recht schnell dahingestellt dafür dass wir einfach so reingebämmt sind war das ganz schön gut okay die lanze war nicht so gut also wir sind wir sind ein bisschen zu schwach für so eine lanze durch die tür durch geil wenn man ein schild hat dann kann man nicht angegriffen werden und schild kann man auch halten ja geil wir sind der beste dieb aller zeiten auch das geht einfach das passt ja gar nicht einfach so mit und after that lady stopped and arrested him whoa really yeah that's when i decided i should probably get a different job i figured nightgarden in menschle stinger das ist nichts passiert leider nichts passiert ich habe den grüßen hier mann der welt auch richtig schön wird zwei sterne haben die gta was gleich schaut ich bin tot das ist nicht nett ich habe mich noch nicht einfach erschießen okay ich werde noch einen stein auf dich nein johnny ich habe johnny umgebracht jetzt habe ich drei sterne oh gott was mache ich nur okay die übertreiben aber auch ein bisschen oder ein bubble was ich alles für geiles zeug habe ich bin voll der james bond der neuzeit ich bin ganz schön guter guter dieb muss ich sagen hey das war gut so lange wir jetzt nicht ertrinken sind wir ertrunken ne okay haben wir denn unsere diamanten noch geil you wonder aggressive way okay das ging einfach ich hätte jetzt gedacht dass das ein bisschen schwerer ist die sache ist nur was macht man mit so einem riesen diamanten den gibt es ja wahrscheinlich nur einmal auf der welt wo will man den bitte verkaufen aber wir lieben ihn richtig schön okay das war der aggressive part das heißt es gibt garantiert auch noch andere dann sneaken wir jetzt einfach mal in und zwar gott gibt es die laufauswahl wir nehmen die ente anti gravity cap ja das ist bestimmt gut jetzt liegen wir die luft aber das geil wenn es so was wirklich geben würde nein platzt jetzt gleich unser kopf schade hätte ich gern gesehen da nehmen wir halt die die sprung schuhe okay keine ahnung an was an was das angelehnt war aber egal dann nehmen wir halt den schwing way wir schrumpfen uns und dann können wir unter der mauer durch okay das tatsächlich ein loch nein nein regenwurm oh gott was muss ich machen gleich den regenwurm an aber der regenwurm wir sind an einem regenwurm gestorben das ist natürlich auch nicht so geil gehen wir halt mit einer pickaxe dadurch wenn das so einfach wäre hallo creeper das hat funktioniert das hat funktioniert preis hittler vor allem wir nehmen die die kann hier wir schießen einfach tot das gesicht richtig schön ja gut dass eine waffe in dem museum nicht geladen ist hätte man sich denken können aber ich war nicht so schlau ich nehme das world war zwei plane dings hier das funktioniert ich habe ich dann die waffe nicht mitgenommen okay wir gehen oh hast nichts gesehen du hast nichts gesehen wenn ich nichts gesehen habe was wie ihr leitz lieber verdammt der geht wird nach links gehen wir halt nach links so bin ich auch immer bei der arbeit ich schlafe kurz zehn sekunden und dann bin ich wieder wach da ist er gleich sind wir da ja die pokéball pokéball los betten kapador oder sowas oder irgendwas richtig bescheuertes und es gibt mehrere von diesen stickman spielen das ist das witzige okay gut dass das ist nicht so gelaufen wie ich es mir vorgestellt hatte dann machen wir uns ein bisschen größer mit dem maschbuch ein bisschen ist gut ja so wer will mich jetzt noch aufhalten war das jetzt gut irgendwo in midwesten ich bin ich bin chaos 10.6 es kommt die das Mein Gott, es ist über neun? Ja. Ich lasse diese Entscheidung für dich, Corporal. Halt nur einen von diesen Buttonen, um mit dieser... ...pressenden Situation zu tun. Wer ist die TV? Geh zurück zu arbeiten! Eine taktische... ...Nuklear-Rakete? Oh, okay. Wird schon gut sein. Das Museum steht zwar nicht mehr, aber der Diamant ist gerettet. Don't feel too bad, you probably camped von... Klar, wir sind Camper. Deswegen haben wir die Nuklear-Rakete eingesetzt. Na gut, dann setzen wir, was auch immer das hier ist. Irgendwas mit Prozent. Oh, ein Taschenrechner. ...Lead. Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal! Machen wir nochmal das hier, was auch immer das macht. Bist du nicht? Bist du? los. Hey, kannst doch nicht einfach weglaufen. Wir brauchen den Diamant. One, Forest One. Und was ist jetzt mit dem Diamant? Diamond! Haben wir es geschafft? Yes, we won the epic way. Wir haben auch das epische Ende geschafft. Geil! Musik in the epic ending. Für die Leute, die es interessiert. Aber die Musik ist geil. Gut, das waren jetzt zwei Enden. Einmal mit Bust in und einmal mit Seek in. Ich glaube, da gibt es zwar noch mehrere Enden, aber ich finde, das langt erstmal. Ich fand das Spiel auf jeden Fall sehr schön. Hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.